Die Zeugnis Die Zeugnis-Befragung ist reine Routine. Sie müssen also nicht beunruhigt sein. Ach was. Gefällt Ihnen der Name? Wie lautet denn Ihr Vorname? Ist das Ihre Dienstworte? Großkaliber, schätze ich. Schon mal einen Menschen- Ich weiß gerade nicht, was das soll, Frau. Oh, Polizist muss ein harter Job sein, bei dem man einen Menschen braucht, der einen tröstet und die Arme nimmt und an dem man sich festhalten kann.